Ich möchte auf einen berühmten Fehler hinweisen, den viele Leute machen, während sie die Basmala sprechen, das heißt Bismillahirrahmanirrahim sprechen. Viele von ihnen sagen falscherweise Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, sie sprechen Bismillahirrahmanirrahim statt Bismillahirrahmanirrahim und sie sagen Rahmanirrahmanirrahim. Richtigerweise muss es heißen Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, das Ra wird doppelt gelesen. Man sagt im Arabischen es trägt eine Schadder. Falsch ist es zu sagen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Richtig noch einmal. Bismillahirrahmanirrahim. Achte auch sie richtig zu sprechen. Assalamu alaikum.